Ja. Habt ihr eine Freunde, hallo? Nein, nicht mehr. Ja? Wirklich? Ja. Ehhh. Hallo? Hallo, wenn der CK30 kommt, könnt ihr mal die Videos nicht mehr gucken. Das ist mir eigentlich scheißegal. Alter, sei mal still. Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist der gute, liebe Alphastein. Was geht? Es ist wie ein Zett. In der Ruhe des. Endes. Man, hab ich auf jeden Fall schon wieder richtig... Ich bin auf dem Internet. Ja, alles klar. Hab ich auf jeden Fall schon wieder richtig Bock drauf, meine Freunde. Hallo, meine Freunde, lange nicht mehr gesehen, ne? Kannst du bitte ganz kurz den Mund halten? Ich möchte gerade Werbung für dich machen, okay? Alphastein steht gerade kurz vor der 1.000.000, meine Freunde. Also geht mal ganz kurz rüber und abonniert den Jungen zu Tode. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr gerade mal in den Item-Shop und nutzt die Fortnite-Creator-Code Re-Win-Zeit. Und kauft euch damit alle Skins im Shop, damit ich meine Niete bezahlen kann. Keine Ahnung. Stein, ich würde sagen, wir spielen ein paar Duos. Du hast Bock, mir deine neuen Skills zu zeigen, meinst du? Let's go. Warst du echt im Tramex-Turnier? Hast du gesehen? Warst du echt im Tramex-Turnier? Ich hab 3-2. Wirklich? Nein. Ja, also ich wollte gerade schon sagen. Das kann ja nicht sein. Okay, Bro. Wenn du so gut bist, Alphastein, wo landen wir? Tilt, Tilt, T-1. Warum denn Tilted, Mann? Oh mein Gott, ich hab so vermisst, Fortnite zu spielen. Das ist kein Schatz, Digga. Eins, zwei. Alles klar. Wenn ich Du wär... Oh, ich hab eine Waffe. Okay. Hey, wir spielen nicht, wenn ich Du wär, Alter. Warum nicht? Es gibt noch mehr Klicks. Ja. Mann Stein, ich brauch ne Waffe, Alter. Yeah. Oh Mann, Junge. Hehehe. Ist das anstrengend heute wieder mit ihm hier. Vor uns Gegner. Okay. Nein. Wow. Von wo? Hallo. Ente mich. Warum bist Du so schlecht? Ich dachte, Du hättest jetzt neuen Skill. Hier, nimm mal den Mini. Ente mich mal. Ente mich mal. Hey, Stein, wo bist Du? Ah. Ach, Du verdammter Idiot. Ich bin nicht. Ja, Junge. Warum bist Du denn alleine gegangen? Ich hab gesagt, Du musst kommen. Ich kann nicht... Warum bist Du wirklich so schlecht? Mann. Junge, ich kann doch nicht reden, wo Du hin rennst, Alter. Digga, der Typ hat 51 HP, der Lappen. Mann. Mann. Was? Wer auf. Junge, warum pusht Du denn schwarz? Ich mach mit Squats. Du bist alleine wieder weggepusht. Ich mach mit Squats. Ich mach mit Squats. Nein, ich will nicht Squats spielen. н, du geht mit den zwei Königs. Ich bin dumm. Alles klar. Und wahrscheinlich dann noch auffüllen, oder? Nein, wir werden auch keine neuen Leute kennen und so, die sie alle kennen. Ich will aber keine neuen Leute kennenlernen. Boah, neue Freunde, wir haben keine. Du hast mir erzählt, dass du Top 5 weltweit Elite-Spieler bist. Du hast gerade komplett auf die Fresse bekommen, Alter. Du hast kein bisschen trainiert, oder? Ich war noch nicht aufgewärmt. Alles klar, gut. Dann bin ich mal gespannt, Digga. Hey, du bist so schnell hinter dir. Ja, moin, Digga. Kompletten Tryhards. Junge, Stein, ich bin der hälfteste Spieler der Welt. Hast du das vergessen? Oh mein Gott. Nein, du hast die falsche Waffe ausgewählt. Nein. Ja, ich bin bereit. Alles klar. Hallo. Hey, buddy. Du bist gut? Das ist gut, das ist gut. Nein. Du bist nicht gut? Warum? Nein, ich bin zu langsam. Oh, bro, woher du aus? Finnland. Oh, Finnland, ziemlich schön. Hallo, wie geht es dir? Ich bin aus Deutschland. Okay, wo willst du gehen? Tschüss, Dirk. Pleasant? Tschüss, Dirk. Ja, buddy. Wie geht es dir, mein Freund? I'm fantastic, how are you? I'm fantastic too, I love playing Fortnite. That's awesome, man. I love you. Can we play together? I love you. Yes, me too. How old are you, man? I'm 30. Alpha Stein. Yo. All for this game. Yeah, yeah, my German shit. Scheiße. Scheiße, German. Oh, scheiße, gutes Wort. Alpha Stein, lass ihn jetzt einfach mal in Ruhe. Okay, wir haben jetzt hier einen niceen Kerl. Okay? Okay, Stein, vielleicht ist das ein Schritt zu weit. Since when are you playing Fortnite? Do you learn German in your school? Stein, ähm... Äh, no. Wieso? Warum? Yeah, yeah, yeah. I want to talk with you in German, please. My English is shit. Oh, sorry, buddy. My German is even worse. Why? Stein, er ist aus... Somebody is good in this land. Feel good. Oh, okay. I'm actually in a school right now. Oh, nice. So you're playing in a school. Weiß ich, warum er noch in der Schule ist. Jetzt lass ihn einfach in Ruhe, Alter. Wir haben endlich mal einen korrekten Mitspieler. Hi, Sarah. How old are you? Are you teacher? Are you teacher? No teacher. Why? I'm 26. Okay. Are you student? Äh, Soro, yeah, yeah, yeah. I'm learning music. But student, äh, what do you study? Music. Oh, nice. You're a music producer. Can you sing? Äh, not really producer. I play guitar. Can you sing? Yeah, I try to. Just give us a go. Alright, now, if we get a win, I'll sing it for you. Okay, we try our best dance. Okay, I'm going to do my list. Steinen, wir müssen jetzt gewinnen, okay? Er wird für uns singen, Alter. Yes, wir müssen. I can sing, too. Okay, that's awesome. You wanna take the rift, or? I'll get up. Do you have WhatsApp? Äh, yes, I do. Steinen, ich denke nicht, dass er dir den an Nummer geben musste. If you win this round, you give me your number, okay? Okay, let's take the rift, then. Come on. Okay. Yeah, let's use the jump pad, and maybe have a look for enemies, then. Steinen, ich mach mich nicht. Oh, enemies inside the building. Enemies inside the building. Oh, yeah, yeah, I see. I'll go behind him. I hit him once, so he's pretty low, I guess. Got him. This is how this goes. Nice. Hey, hey. Do you want to make a jump with me? Hello. Oh, they're gonna be in the circle, just wait. Oh, I killed him, yeah. One guy inside here. One guy inside. Got him. Got him. Nice. I think you have to stick it up for us. There's one player left. He's going north. He's going north. Right, right to lazy links. Got him. Okay, please sing a song, please. Please. Oh, shit, man. Oh, I don't know. Stein, fang an zu singen. Hey. Hallo? Hallo? Ja? Okay. Nice. Ja, Stein. Wir haben jetzt immerhin jemanden gefunden, der den Song gespielt hat, aber einen richtigen Freund haben wir immer noch nicht, oder? Wollen wir es nochmal versuchen? Wollen wir es nochmal versuchen? Ja, komm, wir versuchen es noch ein letztes Mal, okay? Ich bin jetzt wirklich motiviert. Wir haben gerade einen Win geholt. Okay, wir versuchen es nochmal. Komm. Hallo? Hello? Hallo? Yes, hello. Kogus? Ich kann Deutsch. Ich kann Deutsch, ja. Revi? Guck mal, guck mal, ich habe ein Dänzes, guck mal. Was geht? Ich habe dir gekauft. Hallo? Ich bin dein größter Fan, Junge. Was bist du? Ich bin dein größter Fan. Das glaube ich dir nicht. Ich auch, ich bin dein größter Fan, Revi. Alphastein, du bist auch cool. Ja, ich bin dein größter Fan. Boah, lass dir. Nein, kurz, nach eben. Lass mal, lass mal salty gehen, dann sind wir safe. Hallo, möchtet ihr vordern? Ja. Wie viele Kids habt ihr? 3000 oder so, oder die Season besser gesagt 5000. Hey, Jungs, wir haben gerade schon den kranksten Win geholt, Alter. Let's go. Ja. Habt ihr eine Freunde, hallo? Nein, nicht mehr. Ja. Wirklich? Ja. Sorry. Hallo? Was habt ihr zu bieten? Ja, klär mal. Alphastein, ich bin mir nicht sicher, ob die Jungs tatsächlich eine Freunde von dir haben wollen, also. Ja, natürlich mich, wie sonst. Hallo, was habt ihr zu bieten? Hallo? Hä? Okay. Was habt ihr zu drauf? Ja, keine Ahnung. Alles interessant, ich will dir nicht. Alles klar. Kann du vor sein? Gegner hier? Gabi, noch? Ja, die hinkert eh. Hinter mir? Stark. Ja, ich hab auch Lagerfeuer. Danke, Alphastein. Kein Problem. Aber Jungs, ist das nicht schön hier, Mann? Macht das nicht Spaß? Ja. Ist nur eine geile Zeit, die wir haben, oder? Ja, ja. Wollen Sie auch Geldsyskid? Wollen Sie ein Geldsyskid? Ich weiß, wie ein Geldsyskid bekommt und soll. Ich gebe jetzt einen neuen Button von euch. Dein, es gibt kein... Lass doch nicht verarschen, bitte. Lass doch nicht verarschen von ihm. Kennt ihr die Teste ein? Kennt ihr die Teste ein? Nein. Dein, das werden die nicht machen. Ja, dann ff ihr. Mach du mal vor. Versuch mal, versuch mal. Versuch doch, du. Hab ich schon. Guck mal, was ich kenne jetzt. Den hast du schon ganz geil. Jungs, ich bin froh, dass ihr intelligent genug seid, da nicht drauf reinzufallen. Ja, ich kenne deine Videos. Der hat ja immer. Fast immer. Oh mein Gott, Rewi. Du weißt nicht, wie ich zitter für. Ich auch. Ich zitter auch extrem, weil ich die ganze Zeit schon pissen muss. Nein, also ihr lacht. Ich muss wirklich extrem doll pissen. Das ist mein Ernst. Nehm ne Flasche. Habt ihr werfliche Connections? Ne Flasche? Hallo, habt ihr werfliche Connections? Nein. Ja, ich bin in der Schule. Ja. Ah. Ja. Wie alt? Hallo. Was? Wie alt? Liegt noch einen Mini? Ja, dass ich bin. Ja, genug. Nein, nicht du. Die Mädchen. 14, 15? Nein. Glaubt, das ist ein bisschen zu jung für Alter Alphastein. Alphastein ist nämlich 36. Habt ihr da ein paar Lehrerinnen? Alphastein, lasst euch jetzt die Jungs bitte in Ruhe. Habt ihr eine Sportlehrerin? Ey, ihr müsst ihm nicht antworten, wie gesagt. Hey, er zaut, der ist nicht cool. Also, es ist ein Kerl. Ey, wie darf ich dich retten? Stein, wie gesagt, ich weiß nicht. Ich denke, ich habe meinen Charakter. Ich bin für mich hier sehr dabei. Jungs, das Problem ist, was wir einfach grundlegend haben, ist, dass Alphastein der Meinung ist, dass das hier ist Hinterwehr, wisst ihr? Ja. Und das ist es nicht. Also, ihr müsstet nicht antworten. Er hat eben einen Polen angeschrien, danach einen Finn zum Singen gezwungen. Und alles, also, das ist echt maximal unangenehm, mit ihm zu spielen. Ihr müsst darauf nicht antworten, wie gesagt. Hans, Paul, bist du... Achso, ja, bist du Darmkarte, ja. Was sagt ihr? Ihr seid Schweizer. Ach, stark. Ja, schön. Hä? Und was sagt ihr so zu Artikel 13? Ich glaube, der kann sich das nicht mehr schauen. Hallo, wenn der Artikel 13 kommt, könnt ihr mal die Videos nicht mehr gucken. Seid ihr traurig? Das ist mir eigentlich scheißegal. So engagieren wir mal die anderen. Alphastein, die hassen dich. Ich bin so gewappt. Ein ganzes Leben lang. Was habe ich falsch gemacht, Jimmy? Erklär es mir. Ich glaube, das... Wieso mag mich keiner? Alphastein, es könnte einfach an deiner Stimme... Es könnte an deiner Stimme liegen, Alphastein. Und die Weif. Jungs, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Vielleicht doch ein bisschen netter zu Alphastein sein. Der macht... Er ist gerade extrem schwer im Leben. Alphastein, es tut mir leid. Ich habe ganz schwere Gefahr sein. Ja, danke. Alphastein, so. Es tut mir leid. Okay, ich verzeih dir. Kriege ich jetzt deine Nummer? Perfekt. Willst du sie? Reibst du mir auch? Ich tut hier, Baby. Schreib auf. Äh, null. Äh, bro, also ich würde es nicht machen, tatsächlich. Wieso? Es ist halt Alphastein, verstehst du? Du willst so Menschen nicht deine Nummer geben. Doch, doch, das ist nett. Warum nicht? Ich habe auch Gefühle. Ja, genau, das ist das Problem. Deine Gefühle nehmen meistens überhand und dann wirst du wahnsinnig. Du bist verrückt. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Er ist down, er ist down. Hallo, muss gleich gehen. Ja, okay, komm, wir winnen jetzt schnell. Hier, vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Okay, ja, okay. Wer hat mir die Kehl gesteht da gerade? Äh, Gegner Richtung S? Ja, Alphastein pusht den. Komm, let's go. Fuck, wir müssen... Schnell. Bitte! Ey, ich konnte, ich konnte gerade nicht schießen. Oh nein, Bro. Oh nein. Ja, Jungs, good game. Ey, belastend. Jungs, danke schön dafür, ne? Macht's gut. Also, tschüss. Egal, Leute, das war so ein bisschen das Video. Ich muss extrem dringend pissen. Alphastein, danke dafür, dass du mir wieder die Zeit ruiniert hast. Vielen, vielen Dank dafür. Bitte. Schaut mal Alphastein vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Haha. Yeah. Tschüss. 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 Tschüss.